Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Tutorial. In diesem Video zeige ich dir die Grundlagen von dem mächtigen Python-Framework Django zum Entwickeln von sicheren und skalierbaren Web-Anwendungen. Django ist ein in Python geschriebenes Open-Source-Web-Framework, das im Wesentlichen nach dem Model-View-Controller-Design-Schema aufgebaut ist. Bei Django heißt das Ganze Model-View-Template. Dadurch werden verschiedene Bereiche der Web-Anwendung klar voneinander getrennt. Das Model kümmert sich um die Datenhaltung und die Datenbank-Kommunikation. In der View wird der Python-Code und alle Funktionen geschrieben. Und das Template kümmert sich um die Ausgabe des Frontends im Browser. Django nimmt dir dabei die wichtigsten Funktionen alle schon automatisch ab, so dass du viel schneller und mit viel weniger Aufwand komplexe Full-Stack-Web-Anwendungen erstellen kannst, als das mit handgeschriebenem Python, HTML usw. möglich wäre. Django erspart dir also eine ganze Menge Arbeit und Zeit. Gemeinsam werden wir Django als nächstes installieren, einrichten und die ersten Seiten aufsetzen. Das Ganze zeige ich dir am Beispiel von einer kleinen Hello-World-Web-Applikation. Ok, legen wir direkt los. Als erstes brauchst du eine lauffähige Entwicklungsumgebung für Python-Projekte. Das heißt, als erste Voraussetzung musst du Python auf deinem Computer installiert haben. Wenn das bei dir noch nicht der Fall ist, kannst du Python unter python.org für dein Betriebssystem herunterladen und installieren. Außerdem benötigst du das Python-Paket pipenv, um dein Django-Projekt in einer lokalen virtuellen Umgebung zu installieren. Dieser Schritt ist zwar optional, aber es ist gute Praxis, verschiedene Python-Projekte in eigenen virtuellen Umgebungen getrennt voneinander zu verwalten, damit es keine Probleme mit z.B. verschiedenen Python-Versionen gibt. Pipenv installierst du dir ganz einfach in deinem Terminal oder der Windows PowerShell. Mit pip install pipenv. Ok, und zum Schluss brauchst du dann noch einen Code-Editor. Ich nutze in diesem Video Wizzle Studio Code. Aber jeder andere Editor funktioniert natürlich genauso. So, jetzt geht's aber mit Django los. Um ein neues Django-Projekt anzulegen, nutzen wir das Wizzle Studio Code Terminal. Ich befinde mich bereits in einem neuen Django-Ordner, den ich in Visual Studio Code oben auch als Projekt-Ordner festgelegt habe. Als erstes installieren wir uns Django in eine neue virtuelle Umgebung. pipenv install django. Danach kann diese neue virtuelle Umgebung im Editor aktiviert werden. Mit pipenv shell. Sehr schön, jetzt kannst du dir dein erstes Django-Projekt anlegen. Das Kommando lautet django-admin startprojekt und schließlich ein Name für das Projekt. Zum Beispiel hello django. Dadurch wurde dir dein erstes Projekt hier oben im Editor angelegt und auch schon die ersten Dateien erstellt. Unter anderem befindet sich hier auch die Datei manage.py, mit der du dir einen lokalen Entwicklungsserver starten kannst. Im Terminal wechseln wir dazu mit cd hello django in den Projektordner und nutzen Python, dann die Datei manage.py, mit der Funktion run server. Dadurch wurde dir unter der hier angegebenen Adresse der Entwicklungsserver gestartet, den du dir im Browser öffnen kannst. So, wenn du diese Seite hier siehst, wurde Django erfolgreich bei dir installiert. Die Startseite gibt dir eine einfache Begrüßung aus, die wir uns als nächstes natürlich anpassen wollen. Ich habe dir das Django-Entwurfsmuster bereits vorgestellt. Model, View und Template. Das bedeutet, dass Django-Projekte strikt nach Inhalt, Struktur und Datenhaltung getrennt sind. Das Model beinhaltet die Daten und alles, was mit der Datenbank zu tun hat. Die View umfasst die gesamte Programmierlogik, also den Python-Code. Und die Template stellt den Inhalt dar, quasi das, was der Anwender später auf der Website zu sehen bekommt. Das vierte, was noch fehlt, ist die URL. Das ist die Adresse, die der Besucher im Browser eingibt und deiner Django-Web-Anwendung sagt, welcher Inhalt erzeugt werden soll. Und diese legst du dir in der URLs.py an. Hier findest du als Kommentare schon eine kurze Anleitung, wie die URLs aufgebaut sind. Solltest du gelbe Fehlermeldungen bei den Imports haben, dann musst du in den Einstellungen noch den richtigen Python-Interpreter für die virtuelle Umgebung auswählen. View, Comment Palette, Select Interpreter und dann den Python-Interpreter von deiner neuen virtuellen Umgebung. So, jetzt sind die Meldungen verschwunden. Okay, als erste URL ist bereits slash admin angegeben. Unter dieser Adresse findest du ein Admin-Backend im Browser. Starten wir aber mit einer eigenen URL. Diese startet immer mit Pass für Fahrt und dann die URL, die im Browser angegeben wird. Ich möchte die Startseite überschreiben, die wir eben gesehen haben. Daher wähle ich einfach nur leere Anführungsstriche. Du könntest aber auch slash Kontakt oder slash Hallo oder irgendetwas anderes angeben. Das ist dann jeweils die Adresse, die im Browser aufgerufen wird. Einfach nur leer, ruf die Startseite auf der Domain auf. Danach willst du die View aus, die bei Aufruf der URL ausgeführt werden soll. Also der Python-Code, den wir uns schreiben wollen. Ich nenne die View aus Views Hello Django. Um die gelbe Meldung kümmern wir uns dann gleich noch. Und zum Schluss kannst du der URL noch einen eindeutigen Namen vergeben. Hier wähle ich wieder Hello Django. Das war's dann auch schon. Als nächstes brauchen wir die Hello Django View. In unserem Projektordner erstelle ich eine neue Datei, Views.py. Hier werden die verschiedenen Views für die einzelnen Seiten erstellt. Eine View ist im Grunde nichts anderes als eine Python-Funktion, die die Browser-Anfrage entgegennimmt. Da startet eine View mit der Bezeichnung dev. Und dann der Name der View. Ich hatte die erste View für die Startseite in der URLs.py Hello Django genannt. Und dann wird der Request bzw. die Anfrage entgegengenommen. Okay, starten wir mit einer einfachen HTTP-Textausgabe als Response, also als Antwort. Dazu importierst du dir das HTTP-Response-Paket. From Django, HTTP, Import, HTTP-Response. Und in der Hello Django View dann, Return, HTTP-Response mit einem Text. Zum Beispiel, Hello World. Und zum Schluss muss diese neue Views.py nur noch in der URLs.py importiert werden, damit die gelbe Meldung verschwindet. From Punkt, Import, Views. Dadurch wird über Views.Hello Django jetzt auf die neue Hello Django View zugegriffen. Schauen wir uns das Ergebnis im Browser an. Sehr schön, statt der Standard-Startseite bekommst du jetzt deine eigene Textausgabe angezeigt. Hello World. Okay, damit hast du jetzt schon die URLs und die Views kennengelernt. Für eine echte Website fehlen aber noch die Templates für ganz eigene dynamische HTML-Ausgaben. Also statt der Textausgabe möchte ich im Return eine Template, also eine HTML-Seite rendern lassen. Und dazu brauchen wir statt dem HTTP-Response oben die Render-Funktion. From Django, Shortcuts, Import, Render. Und im Return dann? Return Render. Mit dem Request, das entgegengenommen wurde. Und einer HTML-Datei, die gerendert werden soll. Zum Beispiel HelloDjango.html. Außerdem kann man an die HTML-Datei mehrere Parameter, also Daten übergeben, die dann in der HTML-Datei ausgegeben werden können. Hier kommt der letzte Punkt aus dem Django-Entwurfsmuster im Spiel, dem Model. Damit können Daten aus der Datenbank abgefragt werden, in der View kann man diese Daten weiterverarbeiten und schließlich in der Template ausgeben. Oder statt der Datenbank kann man die Daten auch direkt in der View erzeugen. Starten wir mit einer einfachen Variable Name, gleich Django. Außerdem kann auch jedes beliebige Python-Paket genutzt werden, da wir schließlich Python-Code schreiben. Zum Beispiel DateTime, um mit dem Datum zu arbeiten. FromDateTime, ImportDateTime. Damit lässt sich jetzt ganz einfach der Wochentag ermitteln. Eine neue Variable, Wochentag, mit der Funktion DayTime.now und StringFromTime mit Prozent A, um den ganzen Wochentag als Text auszugeben. Und schließlich erzeuge ich noch eine Zufallszahl, mit dem Paket ImportRandom. Dann wieder eine neue Variable, Zahl, gleich, Random, RandomInteger, mit den Werten zwischen 1 und 100. Okay, damit haben wir in der View jetzt schon drei dynamische Python-Variablen erzeugt, die an die HTML-Template übergeben werden können. Die Variablen selbst können dann als dritten Parameter in der Render-Funktion übergeben werden. Wochentag ist Wochentag. Name kommt aus der lokalen Variable Name. Und Zahl ist Zahl. Und zum Schluss fehlt noch die HelloJungoHTML, die uns die Ausgabe im Browser erzeugt. In unserem Projekt-Ordner erzeuge ich den Ordner Templates. Und hier drin die Template HelloJungoHTML. Damit Django weiß, dass diese Template existiert, und wo es diese findet, müssen wir diese noch in der Settings.py einstellen. Scrolle runter zu Templates und trage hier den Templates-Ordner ein. Dieser befindet sich im Base-Directory, also Projekt-Root-Verzeichnis, und dort im gerade angelegten Ordner Templates. Jetzt können wir die eigentlichen Inhalte für die Ausgabe in der HTML-Datei erzeugen. Hier kannst du jetzt auf die Python-Variable oder Datenbankabfrage zugreifen und dynamisch im HTML-Code ausgeben lassen. Dazu nutzt in Django doppelte geschweifte Klammern. In einer H1-Überschrift schreibe ich HalloName. Und in H2, heute ist Wochentag. Deine Glückszahl ist Zahl. Okay, schauen wir uns das Ergebnis im Browser an. Hallo Django, heute ist Tuesday, also Dienstag. Deine Glückszahl ist 55. Der Wochentag wird dabei von dem Python-Paket in Englisch ausgegeben. Das kann aber natürlich auch geändert werden. Und wenn du dir die Seite aktualisierst, ist deine Glückszahl jetzt 83. Sehr schön, darauf aufbauen kannst du dir jetzt nach und nach weitere URLs und Python-Views erstellen, die dann die Ausgabe in eigenen Templates erzeugen. Das sind die allernötigsten Grundlagen, die du zum Aufbau von Django-Webanwendungen benötigst. Darüber hinaus gibt es natürlich noch eine ganze Menge weiterer Möglichkeiten, die du mit Django umsetzen kannst. Zum Beispiel habe ich das ganze Thema Datenbank noch nicht angesprochen. Oder die Benutzerinteraktion mit eigenen Benutzerkonten. Das Admin-Backend, Formulare, hübschere CSS-Frontends und noch eine ganze Menge mehr. Wenn du jetzt noch mehr über Django lernen möchtest, empfehle ich dir meinen Django-Einsteiger-Kurs zur Webentwicklung. Dort zeige ich dir alles, was du über Django wissen musst, um deine eigenen, sicheren, skalierbaren Webanwendungen zu erstellen. Außerdem bearbeiten wir ein gemeinsames, komplettes Webprojekt. Von der ersten Zeile bis zur Veröffentlichung im Internet. Mit dem Link hier in der Videobeschreibung bekommst du den Django-Kurs immer zum günstigeren Bestpreis, egal was auf der Udemy-Website steht. Als kleinen Vorgeschmack zeige ich dir nun im Anschluss die Inhalte, die ich im Kurs bearbeiten werde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Django, der umfangreiche Einsteigerkurs zur Python-Webentwicklung. In diesem Kurs lernst du die kompletten Grundlagen von Django kennen, um deine eigenen, modernen Webanwendungen zu erstellen. Du lernst alles über die Entwicklung der Django-Views, die Frontend-Entwicklung mit den Templates und wie du deine Datenbankkommunikation mit Models abbilden kannst. Außerdem zeige ich dir, wie das Routing deiner Anwendung mit URLs funktioniert, wie du die Django-Konsole benutzt und wie du mit den Django-Apps dein Projekt besser strukturieren kannst. Und das Ganze am Beispiel einer realen Full-Stack-Webanwendung. Ich zeige dir, wie du mit CSS und Bootstrap das Frontend erstellst, wie du Benutzerkonten anlegst und administrierst, wie du neue Daten anlegen und bearbeiten kannst, wie du echte Zahlungsabwicklung integrierst, wie du deine Anwendung mit dem Django-Admin im Backend verwaltest und noch viele weitere Themen, die ich dir gleich im Lehrplan vorstelle. Bis zum nächsten Mal.